Leute, ich kann da einfach nur eine Sache zu sagen. Keiner ist erfolgreich geworden durch Zufall. Was waren denn die Herausforderungen, gerade am Anfang, wo du gestartet bist, mit denen du tagtäglich zu kämpfen hattest, um deinen Laden anzuprobieren? Also das war... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Emolution-Podcast. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast angereist und zu Gast aus Köln. Zum Glück keine weite Anreise und zwar der Immobiler, Dennis Bieler. Herzlich willkommen bei uns heute im Podcast. Ich übergebe dir mal direkt das Wort. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Ja, grüß dich Leon. Schön hier sein zu dürfen und die Ehre zu haben, bei euch im Podcast dabei zu sein. Ich bin 43 Jahre alt, komme aus Köln, bin dort Immobilienmakler seit 2008, mache nur den Verkauf von Wohnimmobilien und mache das mit großer Leidenschaft jetzt seit fast 15 Jahren. Seit 15 Jahren bereits? Mhm. Okay, was war damals deine Motivation, wo du gesagt hast, ich möchte Makler werden? Als ich nach Köln gekommen bin 2002, weiß ich noch, da hat man ja das Problem gehabt, eine Wohnung zu finden. Und ich habe da studiert, dann habe ich die erste WG bekommen. Das hat eigentlich schon gut geklappt. Dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das machen kann, wenn man so ein Makler ist. Das hatte ich immer so im Hinterkopf. Habe auch, natürlich auch die Provisionszahlen, fand ich auch immer spannend, was man da so verdienen kann. Und habe dann im Grunde irgendwann nach dem Studium gesagt, ich mache das jetzt, habe einen Quereinstieg gemacht und habe es nie bereut. Okay, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Ruß. Man kennt vielleicht den Europapark im Süden Deutschlands. Dort habe ich nach dem Abi ein Praktikum gemacht und habe dann immer Führungen gemacht. Also war damals schon mit Führungen beschäftigt. Ja. Und habe dann unter anderem mit dem Wolfgang Niersbach vom DFB und dem Jürgen Bergener, das ist ein Sportmoderator aus Köln, die Führung gemacht. Und die haben mich dann gefragt, ob ich in Köln studieren möchte. Da gibt es ein Angebot. Ich habe das denen natürlich gesagt zum Medienökonom. Und so bin ich ursprünglich nach Köln gekommen. Interessant. Coole Story auf jeden Fall. Okay, verstehe. So, jetzt warst du in der WG, hast deine WG gefunden und dann fing das langsam an, dass sich dieser Gedanke, Makler werden in deinem Hinterkopf abgespeichert hat. Wie lange hat es dann gedauert von dem Moment, wo du irgendwann mal das erste Mal damit in Berührung gekommen bist, bis du dann gestartet bist? Also du hast ja gerade schon den Quellenstieg angesprochen, aber wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Also es war so, ich bin sogar nach dem Studium in Düsseldorf gewesen bei einer Softwarefirma. Da habe ich ein Praktikum gemacht und dann bin ich in Köln auch in ein Praktikum reingerutscht und habe aber gemerkt, dass zum Beispiel mein Marketingleiter recht wenig Arbeit hat und auch die Verdienstete fand ich nicht so prickelnd. War da auch nicht besonders gut drin, habe ich gemerkt. Also ich habe dann nach zwei Jahren gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. War dann sogar kurz arbeitslos für drei Monate und habe dann übers Jobcenter dann eine Ausbildung zum Immobilienverkäufer bekommen. Habe die dann gemacht, drei Monate Theorie. Dann war drei Monate Praxis angesagt. Die habe ich bei der BAW, also Postbank wurde das dann gemacht und bin dann dort von 2008 bis 2015 auch direkt geblieben und war dann Verkaufsleiter für Köln Nord. Also da könnte man ja schon fast sagen, vom Jobcenter zum erfolgreichen Immobilienmakler in Köln. Sehr, sehr coole Story, muss ich sagen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass auch nicht immer alles einfach ist. Was waren denn die Herausforderungen gerade am Anfang, wo du gestartet bist, mit denen du tagtäglich zu kämpfen hattest, um deinen Laden anzukurbeln? Ja, also ich hatte einen ganz pedantischen Schiff. Also das war in dem Falle auch so, dass man, ja, also... Also du warst erst mal angestellt als Makler? Ich war schon freier Makler. Also ich habe auch nur auf Provisionsbasis gelebt und habe aber auch wirklich kein festes Einkommen gehabt. Das heißt, es war schon ein gewisses Risiko. Das heißt, die ersten drei, vier Monate musste man einfach mal überbrücken. Es ging dann aber zum Glück sehr schnell. Und ich habe dann gemerkt, es war sehr hart. Ich habe wirklich, der hat mir wirklich auf die Finger geklopft. Ich war damals natürlich auch noch ein bisschen wilder und habe aber dann durch ihn wirklich so ein bisschen Disziplin kennengelernt. Und dann habe ich quasi dann auch direkt nach drei, vier Monaten die erste Verkäufe realisiert und war dann direkt eigentlich... Ich habe gemerkt, ich habe dann an Weihnachten schon gesagt, das war bei meiner Familie, ich bin da gebrochene Immobilienverkäufe, habe ich mal ein großes Wort mir ins Herz gelegt und habe das den Leuten gesagt und ja, war dann wie so ein Postulat, sagt man dazu, ne? Ja, ein Postulat, genau. Was hast du denn von zu Hause aus von deinen Eltern mitbekommen? Was für eine Einstellung? Sind deine Eltern so eher der selbstständige Bereich, ja? Richtig, ja. Genau. Das heißt, die Selbstständigkeit war für dich auch immer etwas, was vorgelebt worden ist, weil viele haben ja, glaube ich, das, ja, ich würde es jetzt nicht als Problem beschreiben, weil letztendlich jeder Jeck ist anders, sagen wir im Rheinland, ja. Aber viele Leute kriegen halt von zu Hause aus vorgelebt, du musst deine Schule machen, also klar, Schule ist natürlich wichtig, du musst aber in die Ausbildung gehen, du musst einen soliden Job haben, der dir Sicherheit gibt, etc., etc., etc. Und ich glaube, das macht halt vielen, ich weiß nicht, wie du das siehst, gib mir gerne deine Meinung dazu, vielen auch in gewissermaßen, ja, ich will jetzt nicht vielleicht sagen Angst, aber sie haben dann Respekt davor, einen Weg zu gehen, der eben out of the box ist. Richtig, genau. Also bei mir war es auch so, dass meine Eltern gesagt haben, die haben die Hände vor den Kopf geworfen, haben gesagt, oh Gott, was macht er jetzt? Weil ich habe studiert, die haben mich unterstützt, ich habe das Studium auch in den sechs, ja, in den sechs, die sechs Semester in drei Jahren durchgezogen gehabt und dann aber hatten die niemals gedacht, dass das was wird. Okay. Also die haben mich auch gekannt, wobei ich dann beim Studium mich positiv entwickelt habe, aber sie waren auch sehr kritisch demgegenüber. Okay. Aber ich habe es halt immer vorgelebt bekommen, auch ein Freund von mir, der ist der Sohn von dem Besitzer vom Europapark, mit dem habe ich Abitur gemacht, das heißt, der war auch, ich bin so in einem Unternehmerumfeld aufgewachsen und dann habe ich eigentlich das auch immer so ein bisschen, sage ich mal, so als Ziel gesehen, so wahrscheinlich in mir und ich habe es eigentlich nie bereut, so zu machen. Meine Eltern sind jetzt total glücklich, dass ich denen wehgenommen habe. Ja, siehst du mal, man kann jeden eines Besseren belehren. Ja, man muss nur mutig sein, ne? Fortune favors the brave, sage ich immer. Definitiv, das sind wahre Worte. Wie alt bist du jetzt? 43, ja. 43, okay. Und mit wie vielen Jahren hast du gestartet? Mit, das war mit 28 Jahren. Mit 28 bist du Makler geworden, okay. Genau, ja. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Probleme, weil ich könnte mir gut vorstellen, oder ich weiß es natürlich auch aus Erfahrungen, aber jetzt auch für andere, die zuschauen, dass natürlich der Anfang nicht immer so ist, wie man sich ihn vorstellt. Was für Problematiken erwarten die Leute da und was können sie dagegen am besten tun? Also meinst du jetzt der Anfang, wenn man jetzt... Ja, wenn man in die Selbstständigkeit geht. In die Selbstständigkeit geht. Genau, als Maklerspezifisch. Genau, also man muss den Biss haben, glaube ich. Man muss unglaublich eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil man schnell aufgeben kann, wenn man jetzt merkt, dass nach zwei, drei Monaten vielleicht noch kein Geld eingeht, da man ja viele Menschen überzeugen muss. Wie wir ja auch wissen, ist es mit das Wichtigste im Leben, so eine Immobilie zu verkaufen und dann als junger Mann das Vertrauen zu gewinnen. Ich weiß noch, mein erster Einkaufstermin, wie ich da hingefahren bin, da war ich wirklich komplett nervös und bin dann da rein und habe eigentlich nur das Ding versucht, zu Ende zu bringen. Es gab keinen Auftrag, aber ich habe gemerkt, es läuft schon mal viel besser, als ich es gedacht habe. Okay. Also einfach machen, kann man sagen. Genau, genau. Einfach machen, einfach durchziehen. Genau. Aber ich glaube oftmals, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du auch viel von mitbekommst, ich bekomme da jeden Tag sehr viel von mit, ist so, ja, ich werde jetzt einfach mal Makler, es hört sich ja ganz geil an, was man so hört, man kann viel Geld verdienen, etc. Ja, Immobilie war schon immer meine Leidenschaft, so das Klassische. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so eine Einstellung, die nicht ganz zielführend ist, weil, noch mal, keiner ist erfolgreich geworden, das ist meine hundertprozentige Überzeugung, keiner ist erfolgreich geworden durch Zufall. Da gehört Arbeit dazu, Disziplin bis, wie du es gerade schon gesagt hast. Absolut, absolut. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht vorher, vielleicht bei der Bank, die, sage ich mal, Ausbildung oder dort die Immobilienmaklererfahrung gehabt hätte und mich danach selbstständig gemacht hätte, dann wäre das ohne diese Vorkenntnisse und diese Disziplin, die ich da gelernt habe, unmöglich gewesen. Okay. Nichtsdestotrotz gingen ja deine Herausforderungen weiter. Natürlich, man hat immer ein bisschen Umsatz gemacht und ich denke, ein großer Teil der deutschen Immobilienmakler machen auch Umsatz, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja immer diese Berg- und Talfahrt. Man bewegt sich immer wie auf einem Rollercoaster zwischen einem Auftrag, dann verkauft man den, während man den verkauft, hat man weniger Zeit, wieder neu zu akquirieren. Also, dieses klassische Hamsterrad, dann ist mal ein Monat ein Auftrag, zwei Monate nichts. Ich denke, das sind ja auch Probleme, mit denen du zu kämpfen hattest, oder? Richtig, genau. Also, es war auch oftmals so am Anfang, dass wir Immobilien reingeholt haben, die, wir haben immer darauf geachtet, dass sie nicht überteuert sind, aber oftmals waren es dann doch Ladenhüter. Dann war man drei, vier, fünf Monate mit beschäftigt. Also falsch eingekauft auch. Genau, und dann hatte man auch eine gewisse Frustration irgendwann, ob man es überhaupt noch verkauft, man musste den Eigentümer besänftigen. Und da sind so die Gefahren auch drin, dass man einfach sich da verrennt und sich dann auch verliert als Makler, weil man ja auch dann den Ruf verliert irgendwann. Ja, klar. Nochmal ganz kurz zurück, das hatte ich jetzt gerade außer Acht gelassen, wann war, du warst ja jetzt im Angestelltenverhältnis oder Selbstständiger im Angestelltenverhältnis, wie man es auch sehen will. Genau, richtig. Und wann war der Zeitpunkt, wie lange hast du da verbracht, bis du gesagt hast, jetzt mache ich mich komplett selbstständig? Das waren dann sieben Jahre, genau. Sieben Jahre, doch so lange. Ja, eigentlich zu lange. Ich sage es auch immer den Kunden, wenn ich jetzt im Einkaufsgespräch bin von der Historie. Ich bin froh, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Eigentlich hätte ich es viel früher machen sollen, aber mir hat der Mut gefehlt damals. Und da bist du direkt unter der Flagge Immobila gestartet. Das hatte ich immer im Kopf. Das wollte ich dir übrigens schon immer mal sagen. Ich finde den Namen richtig geil. Cool. Also das erreicht irgendwie die Zielgruppe. Das ist ein Wortspiel. Finde ich immer cool. Und okay, Probleme, Einkauf, zu hoch eingekauft, immer in der Berg- und Talfahrt. Und irgendwann kam ja jetzt der Punkt für dich, wo du gesagt hast, ich möchte aus dem Hamsterrad raus. Ich möchte den Sprung vom reinen Makler, also ich nenne es selbstständige Fachkraft, bitte nicht falsch verstehen, aber wer den Begriff versteht, kann damit was anfangen, zum Unternehmer. Ich will diesen Schritt jetzt schaffen. Wie hat sich das entwickelt? Also es war vielleicht auch so, dass sich in meinem Leben viel verändert hat. Es war eine Beziehung, die geendet hat. Ich hatte auch die Schnauze voll von dem Betrieb, weil ich hatte auch dann irgendwann die Verpflichtung, Mitarbeiter einzustellen. habe dann aber auch die falschen Leute eingestellt und war dann auch so, dass ich dann die Provision, beziehungsweise ich habe dann noch weniger Geld verdient dadurch. Und dann wurden auch die, der bürokratische Aufwand wurde immer größer und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, jetzt reicht es mir. Und jetzt ist mir alles gerade mal scheißegal. Ich mache jetzt wirklich mit dem Unternehmen Schluss und probiere es. Und ja, das war dann eben die Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit, genau. Aber da ging es ja weiter bei der Selbstständigkeit. Da hast du ja auch erstmal wahrscheinlich, es lief ja nicht von Anfang an direkt so über den Übergang. Also der Übergang war ja jetzt nicht so, dass du direkt eine volle Deal-Pipeline hattest. Genau, richtig. Sondern da musstest du dir das Ganze neu erarbeiten. Genau. Ja, also ich habe dann im Grunde angefangen, extrem viel Kaltakquise zu machen. Und dann war vielleicht mein Glück, dass ich doch noch ein bisschen Rücklagen hatte. Ich habe dann einfach ganz, ich habe mit einem Startkapital von 10.000 Euro quasi dann alles in die Wege geleitet. Hat mir halt auch mega Spaß gemacht. Ich bin auch ein Mensch, der sehr wirtschaftlich denken kann, glaube ich. Und dann, sage ich mal, hatte ich auch die Kosten sehr gut im Griff. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet und dann über Freunde etc., die haben mir mal einen Tipp gegeben. Das ist ein interessanter Punkt, da will ich ganz kurz einhacken. Also du hast von zu Hause aus gearbeitet, weil ich höre in sehr, sehr vielen Gesprächen, gerade bei Leuten, die noch relativ am Anfang sind oder erst starten wollen, ja, was ist denn mit einer Webseite? Ich brauche doch eine Webseite. Ich brauche doch ein Büro, wo die Leute mich besuchen können. Was ist deine Aussage dazu? Also man braucht es nicht unbedingt, muss man sagen. Man kann sich auch als mobiler Makler, sage ich mal, vermarkten, dass man immer zu den Kunden rauskommt. Zumindest jetzt erst mal für den Start. Für den Start geht das, ja, absolut. Wann würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt, um mal ein bisschen so in die Skalierung reinzugehen, in die erste Skalierung? Genau, also ich denke, wichtig ist halt, dass man die gewissen Rücklagen hat, dass man es dann auch mit einer Ruhe machen kann. Das kommt darauf an. Also ich denke, man sollte dann schon so 25.000 bis 50.000 im Monat dann an Umsatz machen. Okay. Also jetzt ist es ja irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo irgendein Pain, irgendein Schmerz bei dir vorhanden war, dass du gesagt hast, ich möchte mir Hilfe holen. Ich möchte, dass mir jemand dabei hilft, mein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Was konkret war das für ein Pain, den du da hattest? Der Pain war im Grunde der, dass von meinen Freunden und von meiner Familie alle gesagt haben, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Ich selber war in so einem Hamsterrad drin, wie du auch vorhin gesagt hast. Ich habe natürlich immer probiert, parallel auch die Akquise weiter zu forcieren, während der Verkauf gut war. Ich hatte auch gute Ergebnisse und gute Bewertungen. Aber was halt gefehlt hat, war so diese Ideen. Ich war einfach nur, Struktur. Genau, es war einfach immer das Gleiche. Ich bin auch jemand, der sich gerne weiterentwickelt und innovativ ist. Und vor allem war es dann auch so, dass man halt vielen Shiny Objects verfallen ist. Das heißt, ich habe... Ganz kurz für die, die nicht wissen, was ein Shiny Objects ist, weil das ist ein sehr wichtiger Begriff. Ein Shiny Objects ist letztendlich immer so etwas, was in der Ferne so schön glitzert. Ja, irgendeine Ablenkung, wieder da eine neue Geschäftsidee. Ach, da muss ich noch eine Hausverwaltung gründen. Hol ich mir noch einen Finanzierer ins Haus. Ja, genau. Also genau das ist es letztendlich. Leute, ich kann da einfach nur eine Sache zu sagen. Fokussiert euch doch einfach auf eine Sache. Macht das eine richtig groß und dann habt ihr hinten raus immer noch die Zeit, um euch auf andere Dinge zu fokussieren. Ja, 100 Prozent richtig. Also das war bei mir auch so. Also ich habe dann sogar überlegt, wie ich irgendwie ein passives Einkommen generieren könnte über irgendwelche coole Online-Lösungen. und ja, war dann mehr damit beschäftigt noch und irgendwann kam dann eben diese Broschüre ins Haus von Bosbach Consulting und ich habe mir die angeschaut. Man bekommt ja so viel immer jeden Tag. Anrufe, Cold Calls und dann auch Briefe und Broschüren. Aber die hat mich irgendwie direkt vom Hocker gerissen und irgendwie habe ich es direkt gewusst, dass ich das mache. Was war denn so der erste Touchpoint, jetzt mal abgesehen von der Broschüre, danach in der weiteren Kommunikation? Es gibt da noch eine interessante Vorgeschichte und zwar, ich hatte einen Immobilienverkauf in Köln realisiert und die Verkäuferin, die war so begeistert von mir, dass sie gesagt hat, sie hat eine gute Bekannte in der Eifel, die auch eine Immobilie verkaufen möchte. Dann habe ich gegoogelt und habe einen guten Makler dort herausgefunden, der eben halt auch Kunde ist bei euch. Und der war dann in dieser Broschüre drin, die bei mir gelandet ist. Und den habe ich dann da wiedererkannt und der hat das auch super gemacht und hat total schnell verkauft. Das heißt, ich habe von ihm ja dann auch noch eine kleine Tippprovision erhalten. Interessant, wusste ich gar nicht. Wusste ich halt, der macht einen coolen Job und der ist da drin in der Broschüre und ich habe die eh von Anfang cool gefunden und dann zum Schluss habe ich dem sein Bild noch drin gesehen. Da habe ich gesagt, ja, das muss ich machen. Okay, da ist aber eine interessante Frage, die mich jetzt super interessiert. Also ich glaube, dass viele da draußen, also was heißt, ich glaube, ich merke das natürlich auch in den Gesprächen, so eine Grundskepsis gegenüber Leuten haben, die einem helfen wollen, das Unternehmen voranzutreiben oder sich Hilfe einzuholen ins eigene Unternehmen. Ja, auch anzuerkennen oder zu verstehen, ich kann halt nicht alles alleine. Ja, mir fehlt es vielleicht an gewissen Punkten an Wissen. Ja, ob das jetzt in der Akquise ist, ob das jetzt in der Organisation, Management, Systeme, Prozesse, Strukturen oder sogar im Mitarbeiterrecruiting, das kann ja alles sein. Was würdest du Leuten sagen, die dem gegenüber skeptisch sind? Ja, die müssen einfach mal überlegen, was sie machen. Sie machen ja jeden Tag, sind sie gefangen in ihrem System und haben einfach, ja, die merken nicht, was ihnen entgeht und was es für ein Segen sein kann. Wenn man, ich habe auch früher schon immer Bücher gelesen und habe auch immer gesagt, es gibt einfach Menschen, die mehr wissen als man selber. Und wenn man intelligent ist, dann nutzt man das, weil ich selber, ich kann doch nicht alles wissen oder ich kann nicht alles besser machen. Ich muss mir einfach von extern, sage ich mal, professionelle Unterstützung holen, damit ich auf ein anderes Level komme. Und das geht nur mit einem super Coaching-Service. Was ist jetzt im Nachhinein von dem Moment, wo du gesagt hast, ich hole mir jetzt Hilfe rein? Du hattest natürlich, denke ich, schon mal eine sehr hohe Vertrauensbasis durch den anderen Makler, der auch schon bei uns war. Die Broschüre hat dir gefallen. Dann hat das Coaching gestartet. Was hat sich seitdem konkret, wie hat sich dein Unternehmen entwickelt? Also ich muss sagen, das war so, dass ich direkt am Anfang den Einkaufsprozess mir durchgearbeitet habe und habe dann auch quasi die entsprechenden Umstellungen gemacht. Das heißt, ich habe die ersten, ich weiß noch, die ersten vier Einkaufstermine habe ich drei Aufträge gemacht. Das heißt, das war immens. Ich weiß noch, als ich dann das erste Mal auf den ersten Einkaufstermin gefahren bin, ich habe mir das iPad gekauft, ich habe die Präsentation gemacht, genauso wie es vorgegeben wird und habe schon eine riesige Freude gehabt, weil ich zum Endlich mal was Neues mache und auch so einen Leitfaden habe. Das heißt, oftmals ist man mit dem Kunden im Termin und dann lässt man sich so ein bisschen vom Kunden so alles auf die Nase drücken. Und dann, ich bin auch so ein netter Mensch und dann, ja, dann notiert man sich die Sachen, aber irgendwann bei dominanten Kunden kann sich dann so, dann verliert man so ein bisschen so den roten Faden. Und das ist halt mega. Und das heißt, ich hole den immer wieder ab. Das heißt, ich habe auch ein ganz anderes Standing im Termin und durch diese strukturierte Vorgehensweise sind die halt auch dann total begeistert. Also es hat sich direkt Erfolg eingestellt. Sehr schön. Das freut mich natürlich umso mehr zu hören. Aber jetzt müssen natürlich erstmal, um auch Einkaufstermine haben zu können, muss natürlich auch erstmal Akquise betrieben werden. Es müssen Interessenten her, weil der Interessent ist ja noch nicht Kunde. Wie konnten wir dir oder wie hat sich deine Akquise, also deine Ausweitung letztendlich der Kundengewinnung entwickelt, seit du bei uns bist? Ja, im Grunde ist es so, dass ich immer so ein Grundrauschen habe, weil ich eine jahrelange Zusammenarbeit habe mit gewissen Lead-Lieferanten, also mit zweien im Grunde. Das heißt, das war ganz gut, um viel Termine zu bekommen. Und jetzt habe ich halt viele, sage ich mal, dieses Netzwerk-Building, bin ich angegangen. Ich bin in die Flyer-Werbung gegangen. Ich mache Anzeigen-Werbung jetzt seit circa drei, vier Monaten. Und was kommt da zurück? Und da kommt natürlich dann, also ich habe jetzt über die Flyer-Werbung einen Auftrag erhalten schon. Ich mache, sage ich mal, in dem Falle auch eine ganz andere Ask-Calls mit den Kunden. Das heißt, das hat sich alles verbessert. Ich habe jetzt, also früher waren es ungefähr 90 Prozent Lead-Verkäufer und bin jetzt schon auf einem Level von 60, 40, also 60 Lead und 40, die ich jetzt dank dem Bosbach-Consulting-System Also organisch aus deiner Marke, aus deiner Brand heraus, die du ja auch immer weiter aufbaust, es erschaffst, die du daraus gewinnst. Genau, das habe ich jetzt ganz vergessen. Der Hauptfaktor, würde ich sogar sagen, sind auch die Verkaufs-, die Besichtigungstermine. Da sind die Leute so begeistert. Und eben halt mit dem Gutschein in Verbindung des Verkaufs und des geilen Exposés, was wir machen, da kommen viele auf mich zu und wollen dann die Immobilie auch, dass ich sie bewerte und dann kommt es dadurch zur Aufnahme. Also man muss natürlich dazu sagen, es ist natürlich nicht nur mit irgendeinem coolen Exposé getan, sondern ich glaube, es ist viel mehr der Prozess im Allgemeinen. Ja, richtig. Für die Leute, was ein Prozess nicht wissen, was ein Prozess ist. Es gibt ja auch neue Leute dabei, Prozess ist letztendlich eine Abfolge von bestimmten Aktionen, die einen gewissen Ziel oder Zweck verfolgen sollen. Und da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um das Thema Kommunikation. Ja, also wie handhabe ich Menschen? Wie handhabe ich Interessenten? Etc. pp. Um natürlich dann wieder das Ziel meines Verkäufers mit dem Ziel des Käufers zu kombinieren. Genau richtig. Also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Genau, eben. Also ich denke auch, also ich bin da immer sehr ehrlich, wird mir immer wieder spiegelt in den Besichtigungsterminen. Da war halt auch die Schwachpunkte ansprechen im Exposé. Und das wissen viele zu schätzen. Und was die halt auch feiern, ist einfach dieser Prozess, dass die 24 Stunden Exposés bekommen, Besichtigungsterminvorschläge, 24 Stunden um die Uhr anrufen können. Das haben wir halt, das machen viele Makler nicht. Und ich glaube, dass wir da einfach einen megacoolen Prozess geschaffen haben. Sehr cool. Also ich muss sagen, ich habe deine Entwicklung ja auch so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Das ist ja logisch, du bist Kunde bei uns, das interessiert mich immer, dass deine Entwicklung echt super war. Jetzt gib uns doch mal ein bisschen Daten und Fakten zu deiner Entwicklung. Was ist bis jetzt dein höchster Monatsumsatz oder was wird dein höchster Monatsumsatz? Wo bist du da? In welcher Region bewegst du dich da? Also ich habe jetzt gerade im vergangenen Monat bin ich über 100.000 gelegen. Monatsprovisionsumsatz. Monatsprovisionsumsatz, genau richtig. Und ich habe jetzt in den ersten viereinhalb Monaten, jetzt haben wir Mitte Mai, habe ich im Grunde den Umsatz schon realisiert, den ich im vergangenen Jahr komplett realisiert habe. Das heißt, das Jahr ist extrem erfolgreich gestartet. Ist ja alles so ein bisschen träger, bis ich dann so die Zahlen dann einpendle und die Provisionen fließen. Also das heißt, in dem Falle, ja, ist es so, dass ich mir das gar nicht hätte vorstellen können, dass es eigentlich in einem Jahr so gut läuft und jetzt ist eben die Mitarbeiterin eine richtig Gute kommt im Juni. Jetzt geht es nämlich aufs nächste Level. Ja, jetzt wird skaliert. Also jetzt haben wir quasi die Basis geschaffen. Wir haben ein, wir nennen es Fließband, ja, was wirklich aus Akquise, Marketing, Einkauf, Verkauf wirklich steht. Richtig. Inklusive Prozessen und jetzt können wir aufs nächste Level gehen. Also sprich, Teamaufbau, Wachstum, Mitarbeiter, etc. So sieht es aus, genau. Also Ladenlokale ist jetzt auch ein richtig cooles wieder in der Planung. Also das wird richtig toll, was wir da jetzt machen. Direkt am Friesenwall. Das heißt, wir werden jetzt uns vergrößern. Das Team wird kommen und das Fließband ist, wie du sagst, das hat sich jetzt so langsam wirklich eingestellt. Also ist noch viel, viel Arbeit zu tun, aber es ist Das hört auch nie auf. Das hört nie auf, ne? KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, kann man sagen. Ja. Es geht immer weiter. Also Unternehmer sein oder Selbstständiger sein ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also selbst Leute, die, weiß ich nicht, 10 Millionen Jahresumsatz machen, auch für die hört das Ganze natürlich nicht auf. Genau, also das sehe ich auch so. Also die Weiterentwicklung, das ist ja eigentlich das, was auch Spaß macht. Die Kreativität, die man so auch mit euch, auch durch die, durch die ganzen Video-Calls, die wir, sage ich mal, fast täglich im Grunde haben, da kriegt man so viel Inspiration jeden Tag und ich gehe jedes Mal raus, schreibe mir was auf. Manchmal sogar während dem Call setze ich das direkt irgendwie kurz um und dass jeden Tag immer, jeder Prozessschritt irgendwie immer wieder verbessert wird und neue Ideen einfließen und auch probierte Ideen, wo man weiß, die sind erfolgreich. Das ist, das ist einfach total erfüllend auf Dauer. Sehr, sehr cool. Jetzt bleibt mir noch eine abschließende Frage. Was sind deine Ziele für die nächsten sechs bis zwölf, zwei Jahre, also sechs bis zwölf Monate, respektive zwei Jahre? Was hast du vor? Genau, also jetzt ist im Grunde dieses Jahr das Ziel, dass wir das Ladenlokal ja im Grunde füllen, dass wir da jetzt richtig gute Mitarbeiter reinbekommen, die halt eben halt auch mich sinnvoll ergänzen als Person. Ziel ist im Grunde, dass wir, also der Ziel dieses Jahr war, dass wir bei den Bewertungen auf Platz 1 sind in Köln. Also das haben wir jetzt bei Wer kennt den Besten bei der 1188.0 schon geschafft. Anhand von den Besichtigungsterminen, Feedback, die wir erhalten und den Verkäufern. Ziel wäre im Grunde dann die nächsten ein, zwei Jahre, dass wir halt dann eben, ja, vielleicht dann auch ein zweites Ladenlokal eröffnen und in dem Sinne halt ganz, ganz viele Menschen begeistern und auch, ja, meisterlich zusammenführen, dass sie wirklich uns, dass sie einfach den Wow-Faktor von uns erleben können und einfach neue Maßstäbe setzen. Sehr schön. Das ist auch mal ein Abschlussstatement. Also ich würde sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür, lieber Dennis. Danke dir. Ich denke, da war sehr viel dabei für jedermann, für jeden Makler, egal ob er gerade startet, schon länger dabei ist oder eben den nächsten Schritt vorhat, aufs nächste Level zu kommen. Alles, was dafür relevant ist, findet ihr hier in der Infobox unterm Video. Wenn ihr auch den Schritt gehen wollt und die Entscheidung treffen wollt, wie der Dennis, euch helfen zu lassen bei der ganzen Gelegenheit, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Schaut euch das Ganze an, bucht euch ein kostenfreies Coaching, dann gehen wir mit euch da mal ein bisschen intensiver ins Detail. Verändert hat, dass man natürlich schon länger im Markt ist. Man kennt natürlich gewisse Arbeitsabläufe oder wie man als Makler auftreten muss, aber ich habe gemerkt, dass so einige Prozesse halt gefehlt haben und hier lernt man einfach unter anderem wirklich Struktur und Prozesse zu befolgen. Ich bin ein sehr bei der ganzen Gelegenheit und hier lernt man in der ganzen Gelegenheit wie ein Schmerz Ich bin ein sehr in der ganzen Gelegenheit Vielen Dank.